Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Crypto Update Video und damit erst nochmal frohe Weihnachten alle da draußen. Ich hoffe ihr habt den ersten oder den Heiligabend gut überstanden, wurdet reichlich beschenkt. Christkind oder Nikolaus oder Weihnachtsmann, je nachdem was bei euch gekommen ist, hat euch viel zurückgegeben. Auf jeden Fall Bitcoin momentan bei ungefähr 43.250 US-Dollar. Wir haben jetzt doch so einen kleinen Breakout nach unten hinbekommen. Ist jetzt doch noch Korrekturzeit und werden wir vielleicht doch am 26.12., also das wirklich aller, 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 allerletzte Datum für eine Korrektur doch nochmal ein bisschen abverkauft werden. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video nochmal ein bisschen genauer anschauen. Außerdem nochmal ein kleines Update zu Gold, weil wir sind ja letzte Woche nicht mehr in diese Position reingegangen. Hat seine Gründe gehabt, natürlich auch wegen den Fees, weil ich keinen Bock habe von Freitag bis Dienstag oder bis Mittwoch, dann bis der Handel wieder aufmacht, Fees zu zahlen für einen Trade, der überhaupt nicht offen ist. Das schauen wir uns jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer an. Bevor wir hier durchstarten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne auch die Glocke aktivieren. Und wenn ihr Bock habt, kommt gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, ist natürlich alles so free. Ich habe hier euch gestern noch so einen kleinen, etwas längeren Text hinterlassen, könnt ihr euch gerne durchlesen. Von mir auf jeden Fall ein riesen, riesen Dankeschön für das Jahr 2023. So, jetzt aber rein in die Analyse, wie gesagt, Bitcoin bei 43.250 US-Dollar. Wir haben gestern unseren Support hier oben bei ungefähr 43.300 US-Dollar dann heute Nacht verlassen. Also zu Beginn des Wochenstarts ging es dann deutlich nach unten. Wir wurden aber instant bei der Region um 42.500 US-Dollar wieder aufgekauft. Und es ging dann in der Spitze bis auf 43.300 US-Dollar. Wir haben jetzt noch so eine kleine, ich mache mal ganz kurz diesen Weg hier weg. Wir haben noch so eine ganz, ganz kleine Ineffizienz jetzt hier oben liegen in dem Preisbereich von ungefähr 43.400 US-Dollar. Gut möglich, dass wir uns jetzt die nächsten Stunden hier noch ein bisschen hocharbeiten, bevor wir dann nochmal diesen Wig, weil der ist jetzt schon wieder so brach jahrlang, beziehungsweise auf einen 1-Stunden-Time-Frame, sollte dieser Wig mit dem Volumen auf jeden Fall nochmal geholt werden, dass wir jetzt hier nochmal die Möglichkeit haben, entweder wir holen uns die Liquidität, schließen dann über diesen Wig, dann ist das Bullish, dann können wir auch unseren Fahrplan, den wir gestern angesprochen haben, auf jeden Fall nach oben hin halten. Oder wir kriegen genau das bearische Ziel, das heißt wir holen uns jetzt hier die Liquidität noch, ziehen dann deutlich nach unten und jagen uns dann nochmal ins Golden Pocket oder kriegen einen brachialen Abverkauf. Die Chance natürlich für einen sehr, sehr großen Abverkauf ist jetzt nicht mehr, sage ich mal, die größte. Aber, wenn wir uns einfach mal so ein bisschen den Altcoin-Markt so ein bisschen angucken, gut, XRP ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, vielleicht, dass wir nochmal ganz kurz Solana aufmachen, ist jetzt vielleicht auch nicht das beste Beispiel, aber wir kommen so langsam an Regionen, so bei sehr, sehr vielen Altcoins ran, Polkadot vielleicht noch aufmachen, wo wir natürlich massive Bearish Divergence haben, wo das Volumen immer weiter zurückgeht, wo wir teilweise auch, wie hier, gehen wir hier auf den Daily-Time-Frame vielleicht bei Chainlink, auch ein gutes Beispiel mit einem möglichen Head-and-Shoulders-Shart-Pattern. Und wenn ihr das mal so ein bisschen vergleicht bei sehr, sehr vielen Altcoins, könnt ihr einfach mal so ein bisschen durchgucken, Bearish Divergence habt ihr überall sinkendes Volumen, teilweise, wie gesagt, dann auch noch ein Head-and-Shoulders-Shart-Pattern, dann könnte man schon darauf kommen. Und wir haben natürlich noch hier unser Doppeltop im Bitcoin-Shart, das kann ich euch auch nochmal ganz kurz zeigen. Also das ist noch nicht alles durch. Ich habe es gestern dazu gesagt, wir haben grundsätzlich diese Bearish-Anzeichen. Diese Bearish-Anzeichen sind erst bei Bruch nach oben vergessen. Die Chance für eine Korrektur sinkt natürlich nur immer mehr, weil ich einfach davon ausgehe, dass wir eine sehr, sehr große Pre-Rallye kriegen, bevor eben dieser Spot-ETF genehmigt wird. Und dann erst der große Crash, wenn das alles genehmigt ist. Das ist immer noch so ein bisschen meine Meinung. Und deswegen habe ich auch die ganze Zeit gesagt, bis zum 26.12. sollte diese Korrektur eigentlich erfolgen. Sollte das jetzt heute oder morgen auf jeden Fall noch passieren, wäre das wirklich das Worst-Case-Szenario, sage ich jetzt einfach mal. Korrekturen sind eigentlich überall überfällig. Guckt euch YouTube an, guckt euch die FOMO an, guckt euch einfach mal, auch bei uns teilweise in der Gruppe, aber gut, es geht bei uns sogar in der Gruppe noch, aber in vielen, vielen anderen Gruppen merkt man so, jo, diese Altcoin, da bin ich jetzt drin, da bin ich jetzt eingestiegen, jetzt bin ich eingestiegen, jetzt bin ich eingestiegen. Ihr wisst, was ich meine. Die FOMO nimmt immer mehr zu bei Shitcoins. Und ihr könnt euch vielleicht, ich habe das ja hier immer so ganz schön zusammengefasst, hier an diese Schaubleit erinnern. Erst Pumpitcoin, dann Ethereum, dann die Large Caps und jetzt haben wir eine Altseason. Und das Spiel wiederholt sich immer wieder. Normalerweise wird dieses Spiel dann beendet, wenn Bitcoin, sein Doppeltop, sein Hand and Shoulders, dann nach unten hin verlässt und erst einmal eine Korrektur von 20 bis 30 Prozent. Ist völlig normal in einem Bullrun, wenn die zustande kommt. Und ihr seht hier, unser Preis, die liegt immer noch so zwischen 36 und 37.500 US-Dollar. Vielleicht kommt die Korrektur doch erst später, es wäre auf jeden Fall nicht mehr geil. Deswegen warten wir jetzt mal ab, Montag. Ich sehe heute nicht unbedingt, dass wir noch ein bisschen nach oben pammen, Wichtig wird einerseits hier die Bruchstelle bei ungefähr 42.500 und dann der nächste Step hier bei 41.900 US-Dollar. Wenn diese zwei Zonen nach unten hin brechen, wird die Chance für eine Korrektur immer größer. Aber das sind jetzt so Steps für die nächsten Tage. Jetzt warten wir erst mal ab. Ich würde hier weiterhin nicht shorten, lass die Finger von. Sollten wir hier nochmal irgendwo in den Entry-Bereich kommen von der Long, hätte ich das auf jeden Fall in der Telegram-Gruppe nochmal weiter oder Bescheid sagen. Auf jeden Fall. So, gehen wir noch rüber zu Gold. Gold, wie gesagt, hat unsere Long-Verdopplung nicht mehr abgeholt, aber ist jetzt auch nicht schlimm gewesen. Die wurde ja sowieso erst verdoppelt dann hier unten in diesem Preisbereich, also alles gut. Der Weg nach oben, bisschen Luft haben wir noch. Ich habe ja gesagt dazu, ich möchte hier gerne ins Golden Pocket, so bei 2080 bis 2087. Vielleicht kriegen wir diesen Move dann morgen jetzt noch, sollten die Märkte ein bisschen schwächeln. Aber da bin ich auf jeden Fall weiterhin eher davon überzeugt, dass wir dann uns hier oben, auch mit so einem möglichen Doppeltop, was ich hier erübrigen könnte, wenn die Märkte morgen oder übermorgen wieder aufmachen, dass wir dann hier möglicherweise auch die Trendwende dann erst einmal sehen. Also Gold bin ich auf jeden Fall noch weiterhin long. Der zweite, nee, aber jetzt muss ich überlegen, ich glaube, das ist sogar der neunte Take Profit, würde ich dann hier oben eben im Golden Pocket nehmen und dann gleichzeitig auf jeden Fall die Short aufbauen. Mehr ist jetzt momentan nicht geplant. Wollte ich euch nur noch mal ganz kurz ein Update dazu geben, wie wir hier erst einmal weiter vorgeben. Wie gesagt, die DAX hat sowieso noch zu. Short läuft auf ziemlich Stop-Loss-Entry oder was heißt Stop-Loss-Entry. Die Position ist weiterhin auf Entry, da tut sich sehr, sehr wenig. Und ansonsten halte ich erst einmal die Finger still. Kass habe ich immer noch so ein bisschen auf dem Schirm, um mal ganz kurz ein bisschen Altcoins anzusprechen. Da warte ich aber auch noch so für einen möglichen, huch, das wollte ich nicht, war das hier? Hier für einen Hit möglicherweise ins Golden Pocket oder sogar hier runter in dem Bereich um 5 US-Dollar sein. Das wäre sogar für mich persönlich oder für alle da draußen möglicherweise sogar der beste Einstieg hier runter. Das wäre eine saftige Korrektur, um dann nach oben hin weiter vorzubrechen. Ihr müsst euch das mal geben von unserem All-Time-High hier runter. Das wären 65% Korrektur. Und ich sage mal so, das sehe ich möglicherweise auch bei anderen Altcoins. Ist nicht nur so, dass ich das bei Kassel, das sehe ich auch bei Hus Solana. Auch anderen Altcoins, wisst ihr Bescheid auf jeden Fall. Gut, ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch heute noch einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag. Ich werde mich jetzt dann auch langsam fertig machen. Ich bin jetzt auch wieder nur unterwegs. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann eventuell dann morgen früh wieder zu einem Update-Video. Genießt den Tag, Handy weg oder das Video schauen und dann möglicherweise Handy weg. Und ansonsten hören wir uns dann morgen wieder. Wünsche euch einen schönen Tag, lasst euch nochmal gut beschenken, gutes Essen. Fresst euch nicht zu voll und dann bis morgen. Ciao, ciao und wie immer, stay quick.